Ein Spiel für Millionen. Siegen um jeden Preis. Elf Freunde. Die sieben Geheimnisse des deutschen Fußballs. ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Königfußball ist ein rätselhafter Herrscher. Denn warum wir Deutschen gegen Italiener in der Regel nicht gewinnen, gegen Engländer meist ja, zumindest ein Elfmeterschießen. Und warum die Abseitsregel schwerer zu verstehen ist als die Theorie der Relativität von Einstein. Das sind Fragen, die selbst wir, trotz jahrelanger Nachforschung, am Ende offen lassen müssen. Unsere Detektive der Geschichte haben dennoch unverzeigt diverse Rätsel und Geheimnisse rund um den deutschen Fußball ins Visier genommen. Schon das Erste kratzt an einem liebgewonnenen Mythos. 1954. War der legendäre Sieg der Elf von Bern, Fritz Walter und Kollegen, wirklich nur das Resultat von Willenskraft und Wetter? Oder war da noch was anderes? Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister! 4. Juli 1954 im Wankdorf-Stadion von Bern. Nach 8 Minuten steht es 2 zu 0 für Ungarn, nach 19 Minuten 2 zu 2. Mit überlegener Ausdauer drehen die Deutschen das verloren geglaubte Spiel und werden Weltmeister. Doch schnell kursieren Gerüchte. Ungarns Kapitän Puskas will Spritzen in der deutschen Kabine gesehen haben. War der neue Weltmeister gedobt? Tatsächlich legt Bundestrainer Sepp Herberger gesteigerten Wert auf die Kondition seiner Spieler und vertraut dabei auf die Hilfe des Mannschaftsarztes Dr. Franz Logen. Wer, und das ist der Dr. Logen gewesen, hat irgendwie der Herberger überzeugen können, dass die Spieler flüssiger Traubenzucker nehmen sollen. Und dann haben die Bahn, wenn sie wollen, sie Spritzen geben lassen. Spritzen ja, aber nur mit Traubenzucker? 1954 gibt es noch keine offizielle Dopingliste. Aber die leistungssteigernde Wirkung von Amphetaminen ist längst bekannt und wird auch genutzt. Von Jagdfliegern und von Spitzensportlern. Der DFB tritt noch Jahre später den Verdächtigungen energisch entgegen. In den Spritzen von Bern sei nichts Verbotenes gewesen, so der Verband, nur Traubenzucker. Auch Doping-Tests gibt es noch nicht 1954 und ohne weitere Beweise bleiben nur Spekulationen und Zweifel. Was auch dafür sprechen könnte, wäre, dass er halt zur damaligen Zeit im Fußball eigentlich noch gar kein richtiges Bewusstsein für Dopingmittel da war. Es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass 1957 ein englischer Journalist etwas ganz Einfaches gemacht hat. Er hat nämlich alle Klubs der damaligen First Division der ersten Liga angerufen und gefragt, welche Art von leistungssteigernden Mittel sie denn nehmen. Und fast alle haben frank und frei bekundet ja, dass die Spieler Amphetamine bekommen würden. Man hat damals offensichtlich schon relativ weit verbreitet damit gearbeitet. Doch auch, wenn die deutschen Weltmeister wirklich nur Traubenzucker injiziert bekamen, die Spritzen von Bern haben dennoch verheerende Folgen. Die Hälfte der Mannschaft erkrankt nach der WM an Hepatitis. Schuld ist vermutlich eine infizierte Gemeinschaftsspritze. Einwegspritzen gibt es damals noch nicht. Die meisten erkrankten Kicker lassen sich nach der WM gegen ihre Gelbsucht behandeln. Mittelläufer Werner Liebrich und andere treten gemeinsam eine mehrwöchige Kur an. Heimlich. Die Öffentlichkeit soll besser nichts erfahren. Ein Spieler aus der deutschen Mannschaft will sich nicht untersuchen lassen. Richard Herrmann vom FSV Frankfurt. Acht Jahre nach der WM stirbt der Linksaußen, der keinen Alkohol trinkt, an einer Leberzirrhose. Typische Spätfolge einer Hepatitis, die sich Herrmann nur in Bern geholt haben kann. Bundestrainer Sepp Herberger kümmert sich um die Witwe und die beiden Söhne. Und löst beim Deutschen Fußballbund Bedenken aus. Herberger wird gebeten, Zitat, keine Aktion aus der Angelegenheit zu machen, damit kein Präzedenzfall geschaffen wird. Jahre später schickt der DFB der Familie einen Scheck über 3000 D-Mark. Richard Herrmann bleibt nicht das einzige Opfer der Gelbsucht. Noch 40 Jahre nach dem Wunder von Bern trifft es Werner Liebrich, den eisenharten Mittelläufer aus Kaiserslautern. Es war ein Leberversagen aufgrund einer langjährigen Leberzirrhose. Wie wir dann auch durch die Laborundersuchen herausgefunden haben, war es offensichtlich eine Hepatitis C. Es ist eine Hepatitis, die durch eine infizierte Spritze übertragen wurde. In Frage kommt nur die Zeit um die Weltmeisterschaft herum. Als Werner Liebrich 1995 stirbt, heißt die offizielle Todesursache zunächst Herzversagen. Erst später wird bekannt gegeben, dass auch er an den Spätfolgen einer Gelbsucht gestorben ist. Die tragische Infektionsgeschichte der Helden von Bern wird lange verschwiegen. Weil es einen Mythos zerstören würde. Weil das Wunder von Bern eben das Wunder von Bern ist. Und es darf nicht befleckt werden. Und deswegen spricht da heute keiner drüber. Es wird nicht thematisiert, sondern es wird glorifiziert. Und es bleibt als solches in den Geschichtsbüchern stehen. Die Schattenseiten des ersten deutschen WM-Titels. Für Doping gibt es keinen Beweis. Doch zumindest eine Spritze war nicht sauber und infiziert mit Gelbsucht. Die Spieler zahlen einen hohen Preis für das sogenannte Wunder von Bern. Im nächsten Fall geht es um verbotene Spiele und die sehr verspätete Emanzipation im DFB. Essen war Schauplatz des ersten Länderkampfs der deutschen Frauen in Schwarz-Weiß gegen Holland. 18.000 Zuschauer waren Zeugen dieses historischen Tages. Für die deutsche Mannschaft ist es mehr als nur ein Spiel. Sie widersetzt sich geltendem Fußballrecht. Gesprochen vom DFB. Im Juli 1955 lässt der Verband den Fußball für Frauen generell verbieten. Aus Zitat ästhetischen Gründen und grundsätzlichen Erwägungen. Vereinsgründungen werden untersagt, Plätze gesperrt, zu Widerhandlungen unter Verbandstrafen gestellt. Das Verbot war ja an sich nichts Neues. Das allererste Verbot gab es 1921 im Mutterland des Fußballs in England. Im Nationalsozialismus passt es natürlich nicht ins Bild der Nationalsozialisten, dass Frauen Fußball spielen. 1936 wurde der Frauenfußball unter dem NS-Regime verboten. Der WM-Sieg von 1954 löst in Deutschland einen Fußballboom aus. Die Vereine verzeichnen steigende Mitgliederzahlen, auch bei den Frauen. Dem DFB ist die Sache nicht geheuer. Und so formuliert man flugs ein Verbot, das voll in den Zeitgeist zu passen scheint. Kinder, Küche, Kirche. Männliche Psychologen liefern bereitwillig Begründungen für das Verbot. Das Treten ist wohl spezifisch männlich. Ob das Getretenwerden weiblich ist, sei dahingestellt. Jedenfalls ist das Nicht-Treten weiblich. Eine Frau musste schön sein, eine Frau musste Anmut, musste Grazie versprühen. Und das hat sich offensichtlich in deren Augen widersprochen mit dem, was auf dem Platz passiert. Also Bein zeigen, kämpfen, Frauen messen sich mit Frauen. Das war so nicht vorgesehen. Deutschland gegen England ließ der neueste Schlager im unaufhaltsamen Ausverkauf holler Weiblichkeit. Trotz reichlich Spott und ohne Aussicht auf Geld und Pokale kicken manche Frauen einfach mutig weiter und organisieren sogar Länderspiele. Getarnt als alte Herren oder unter dem Dach von Schützenvereinen wächst eine weibliche Fußballwelt außerhalb des DFB. Am 1. November 1957 berichtet der Berliner Telegraph von insgesamt 28 Damenfußballvereinen in Deutschland. Ende der 60er Jahre treten schätzungsweise 60.000 deutsche Frauen das runde Leder. Für die Spielerinnen damals war es sicherlich der Reiz des Verbotenen. Alles, was verboten ist, ist reizvoll. Liegt in der Natur des Menschen. Für die Zuschauer war das eher wie ein Zoobesuch. Exotik, Trikottausch haben sie gerufen und eine Kuriosität. Sie sind nicht wegen des Fußballspiels dahin. Ob männliche Schaulust, reine Neugierde oder echte Sportbegeisterung, der Frauenfußball beginnt, die Zuschauer anzuziehen. Nach insgesamt 150 eigentlich unzulässigen Länderspielen lenkt der DFB ein. Vor allem wohl, weil die Frauen kurz davor stehen, ihren eigenen Dachverband zu gründen. Am 31. Oktober 1970 hebt der DFB das Spielverbot für Frauen endlich auf. Mit immerhin nur zwei Gegenstimmen. Offiziell steht dem Frauenfußball damit nichts mehr im Weg, außer den geballten Ressentiments der männlichen Fachwelt. An sich bin ich gegen Damenfußball. Es gibt so schöne Sportarten. Warum ausgerechnet Fußball für die Dame? Macho-Sprüche auch im Sportstudio. Ja, sehen Sie, das ist das Schöne an Frauen. Sie gehen auch mit einem Ball zart rum. Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge, Junge, Junge. Laufen, Erna! Ja, aber Erna ist nicht flink genug. Das war Gerda Müller. Junge, Junge, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer ins Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Das ist eine andere, elegantere Sportart. Vielleicht sogar ist der Männerfußball weniger körperbetont. Durchaus ästhetisch. Also nicht abwertend gemeint anders. Das ist aber eine andere Sportart. Und der Fehler ist immer, das zu vergleichen. Das muss man sich, glaube ich, separat voneinander betrachten. Und dann wird man dem Frauenfußball auch gerecht. Ein besonderes Regelwerk des DFB sieht zunächst kleinere Bälle vor. Und verkürzte Spielzeiten. Auch ein sogenannter Brustpanzer wird ernsthaft diskutiert. Zum ersten EM-Titel der Frauen 1989 bekommt jede Spielerin vom DFB ein Kaffee-Service. Erst der Erfolg führt zum Umdenken. Frauenfußball ist ein fairer Sport, der sehr viel Spaß machen kann. Also ich finde, jeder, der dazu eine Meinung haben möchte, sollte zumindest ein Spiel mal gesehen haben. Die Aussichten sind gut. 2011 wollen die deutschen Frauen ihren WM-Titel erneut verteidigen. Mit inzwischen wohlwollender Unterstützung der Herren vom DFB. Unser nächster Fall. Ein wahrhaft mörderisches Fußballspiel. Mit deutscher Beteiligung. Kiew, Sommer 1942. Im Fußballstadion Zenit beginnt eine ungleiche Partie. Deutsche Soldaten gegen ukrainische Zwangsarbeiter, mitten im Zweiten Weltkrieg. Ein Spiel, das zum Mythos wird. Die sowjetische Propaganda setzt ihm ein filmisches Denkmal. Fußball in Kriegszeiten war nichts Ungewöhnliches. Auch in Deutschland selbst gab es noch Kriegsmeisterschaften. Selbst in den letzten Kriegsjahren. Das war ein Mittel, um die Bevölkerung bei Laune zu halten, einen Durchhaltewillen zu demonstrieren, um auch eine gewisse Gelassenheit zu demonstrieren. Ein Jahr zuvor sind die Deutschen in Kiew einmarschiert. Der Beginn einer Schreckensherrschaft. Wie in allen besetzten Gebieten im Osten. Am Stadtrand von Kiew erschießen deutsche Sonderkommandos in zwei Tagen 34.000 Juden. Das Massaker von Babi Jan. Um vom alltäglichen Morden abzulenken, kommt den Besatzern eine bizarre Idee. Ein Fußballturnier soll die Bevölkerung beruhigen und die Soldaten bei Laune halten. Ein Spiel wird für die Ukrainer zur Legende und ist in Deutschland fast vergessen. Am 6. August 1942 trifft die deutsche Luftwaffenauswahl Flak-11 auf die Mannschaft der Brotfabrik Nummer 3. Was die Besatzer nicht wissen, in der ukrainischen Betriebsmannschaft mit dem Namen FC Start spielen acht Kicker des sowjetischen Meisters von 1938 Dynamo Kiew. Die Namen der ukrainischen Stars sind den Deutschen völlig unbekannt. Seit 1933 hat es keine Spiele mehr gegen sowjetische Mannschaften gegeben. Das Ergebnis ist nur für die Deutschen eine Überraschung. Mit 5 zu 1 deklassiert der FC Start den Gegner. Die Revanche wird für den 9. August befohlen. Nach nur zwei Tagen Pause und schlechter Ernährung werden die Ukrainer zu schwach sein, um noch einmal zu gewinnen. So hoffen die Deutschen. Tatsächlich führt die personell verstärkte Flak-11 schnell mit 3 zu 0. Dann aber kämpfen sich die Ukrainer zurück ins Spiel und erzielen noch vor der Pause den Ausgleich. Die deutsche Luftwaffenauswahl ist spielerisch, hoffnungslos unterlegen. Einer der Angreifer spielte den Torwart aus und lief in Richtung Tor. Genau auf der Linie stoppte er den Ball und spielte ihn ins Feld zurück. Das ist unter normalen Umständen natürlich unsportlich, aber so machten sie sich über die Deutschen lustig. Am Ende steht es 5 zu 3 für die Zwangsarbeiter aus der Brotfabrik. Was dann passiert, ist lange Zeit umstritten. Im sowjetischen Propagandafilm wird die gesamte ukrainische Mannschaft sofort nach dem Spiel erschossen. Wahr ist, dass nach dem Spiel, nicht unmittelbar nach dem Spiel, aber einige Tage später, die Mannschaft verhaftet wurde, von der Gestapo abgeführt wurde. Vier der Spieler dann später auch ermordet wurden. Ein Spieler wird von der Gestapo der Spionage verdächtigt und zu Tode gefoltert. Drei weitere sterben im berüchtigten Todeslager Sirets, vermutlich bei einer Massenerschießung. Das einzige erhaltene Foto der beiden Mannschaften, die scheinbar einträchtig posieren. Über das Schicksal der deutschen Spieler gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Noch im Winter desselben Jahres werden viele Wehrmachtssoldaten aus Kiew nach Stalingrad verlegt und kehren nie zurück. Nach 1945 wird das sogenannte Todesspiel von Kiew zum Propagandastoff im Kalten Krieg. Aus Fußballspielern werden Helden der Sowjetunion. Die wahre Geschichte geht fast verloren unter der Verklärung durch die Propaganda. Eine Geschichte von elf Fußballspielern, die ihr Leben riskierten für ein Zeichen. Gegen Terror und Besatzung. Unser nächster Fall beginnt mit seltsamen Phänomenen in deutschen Stadien. Die Saison 1970-71. Erfahrene Torhüter begehen plötzlich Anfängerfehler. Stürmer vergeben beste Chancen. Versierte Profis verstolpern den Ball. Die Fans sind fassungs- und ahnungslos. Besonders am Saisonende häufen sich fragwürdige Siege, unerwartete Niederlagen und faustdicke Überraschmann. Alles nur Zufall? Launen von Königfußball? Oder steckt doch mehr dahinter? Die noch junge Bundesliga wird allmählich zum lukrativen Geschäft. Erste Verdachtsmomente kommen auf. Arminia konnte ohne Angst offensiv spielen, ohne Angst vor Kontern, genauso wie bei einem leichten Heimspiel. ZDF-Reporter Oskar Waag sieht an diesem Tag auffallend hilflose Schalke. Bielefeld in Weiß kämpft gegen den Abstieg und man wird den Eindruck nicht los, dass dem Verein geholfen werden soll. Irgendwie. Am Ende gewinnt Bielefeld auf Schalke 1 zu 0 und verschafft sich so Luft im Kampf gegen den Abstieg. Es ist jedoch zu bezweifeln, ob dem Arminen weitere Erfolge in der Bundesliga ebenso leicht gemacht werden, wie heute Nachmittag bei Schalke 04. Sie werden. Am letzten Spieltag gewinnt Bielefeld auch in Berlin und bleibt in der Liga. Ein Schock für die ebenfalls vom Abstieg bedrohten Offenbacher und ihren Präsidenten Horst Gregorio Canellas. Canellas hatte den Berlinern viel Geld für einen Sieg gegen Bielefeld geboten, aber nicht genug, wie sich später herausstellte. Am letzten Spieltag verliert Offenbach gegen Köln und steigt ab. Und das, obwohl der Präsident diesmal dem Kölner Torhüter Manglitz ein verlockendes Angebot unterteilt. Der Abstiegsfrust sitzt so tief, dass Offenbachs Präsident seine Aufnahmen veröffentlicht und damit den ersten großen Skandal der Bundesliga auslöst. Man spricht von einem Sumpf, man spricht davon, dass keine Moral mehr vorhanden ist und in einer offiziellen Erklärung von Arminia Bielefeld heißt es sogar, es ist eine Landschaft der Skrupellosigkeit, in der sich diese Vergehen abgespielt haben und noch abspielen. Drei Vereine lösten den Skandal aus. Offenbacher Kickers, Arminia Bielefeld. Und die Berliner Hertha. Krisensitzung beim dortigen Präsidium. Der verdächtigte Spieler Bernd Patzke streitet alles ab. Sie stehen auch dazu, Bernd Patzke. Ich kann Ihnen sagen, dass ich weder mit jemandem von Bielefeld gesprochen habe, noch einmal kassiert habe. Von Offenbach natürlich auch nicht. Das ist klar. Schwer belastet ist vor allem der Kölner Keeper Manfred Manglitz. Noch geht er lächelnd zur Anhörung beim DFB. Draußen kocht die Fußballseele. Die Fans fühlen sich betrogen. Zu Recht. Und wenn es stimmt, dann müssen die Beteiligten nach Meinung dafür halten. In einem ersten Verfahren müssen sich über 50 Spieler verantworten. Unter ihnen auch Manfred Manglitz. Der DFB spricht drastische Urteile. Die bestechlichen Spieler werden gesperrt. Zunächst lebenslang. In der kommenden Saison gehen die Zuschauerzahlen dramatisch zurück. Die Stars der Nationalmannschaft müssen Werbung machen für die in Verruf geratene Liga. Ich hoffe natürlich sehr, dass es dem Fussballsport nicht allzu sehr geschadet hat. Aber ich glaube, wir müssen doch alle zusammenhelfen, um die alte Beliebtheit des Fussballsports wiederherzustellen. Ich glaube doch, dass in der nächsten Saison die Zuschauer genauso wiederkommen wie in der alten. Denn wenn die Fans nicht zurückkommen, droht den meisten Vereinen die Pleite. Dieser große Zuschauerrückgang hat eben das ausgedrückt, wie die Leute damals Fußball wahrgenommen haben. Sie hatten das Gefühl, dass eben dieses schöne Wort von Sepp Herberger, die Leute kommen ins Stadion, weil sie vorher nicht wissen, wie es hinterher ausgeht, nicht mehr galt. Weil es eben einige gegeben hatte, die wussten, wie es ausgehen würde. Mit einiger Verzögerung gerät auch Schalke 04 in den Skandal. Ich habe hier in der Hand alle eidesstattlichen Erklärungen unserer Spieler, die Erklärung von keiner Seite Geld geboten, beziehungsweise Geld angenommen haben dafür, dass ein Spiel Arminia Bielefeld in Schalke zugunsten von Arminia Bielefeld manipuliert worden sei. Doch die eidesstattlichen Erklärungen erweisen sich als dreiste Lügen. Aus dem FC Schalke wird der FC Main-Eid. Der Weltmeistertitel von 1974 im eigenen Land kommt für die gebeutelte Liga wie gerufen. Die Fans strömen wieder in Scharen in die Stadien und der DFB begnadigt die meisten Übeltäter des Skandals. Für die nächsten drei Jahrzehnte bleibt die Bundesliga verschont von Bestechungsskandalen. Bis der Schiedsrichter Robert Heutzer 2005 überführt wird, Spiele für eine Wettmafia manipuliert zu haben, die Millionenumsätze macht. Verglichen damit wirkt der Skandal von 1971 fast schon wie eine Provinzprosse. In unserer nächsten Geschichte geht es um Sportsfreunde von der Stasi und um einen mysteriösen Todesfall. 5. März 1983, Braunschweig. Der Fußballprofi Lutz Eigendorf stirbt in den Trümmern seines Alfa Romeo. Unfall oder Mord. Vier Jahre zuvor. Der BFC Dynamo Berlin spielt gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ost gegen West. Ein Freundschaftsspiel. Mit von der Partie ist Lutz Eigendorf. Er gilt als Beckenbauer der DDR. Die Berliner verlieren das Spiel, ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Bis zur Rückfahrt. Einen Stopp in Gießen nutzt Eigendorf, um sich mit einem Taxi abzusetzen. Republikflucht. Für Erich Mielke, Stasi-Chef und Boss bei Dynamo Berlin, eine doppelte Katastrophe. Die Flucht von Lutz Eigendorf war ein propagandistisches Desaster für die SED-Führung. Es ging mit ihm nicht nur ein sozialistischer Vorzeigeathlet in den Westen, sondern ein Mitglied des staatstreuen Dynamo-Sportclubs, des BFC Dynamo. Und das bedeutete für Erich Mielke eine persönliche Beleidigung. Der Stasi-Apparat setzt sich in Bewegung. Insgesamt 50 Spitzel werden in den nächsten Jahren den prominenten Flüchtling und seine Familie beschatten. Eigendorf heuert in Kaiserslautern an, ist aber erst mal für ein Jahr gesperrt. Sie haben drüben, ich muss das ansprechen, Frau und eine zweijährige Tochter zurückgelassen. Haben Sie alle Brücken abgebrochen, abbrechen müssen? Ja, abbrechen müssen. Ich glaube schon abbrechen müssen. Ich bin geschieden und meine Frau ist schon wieder verheiratet. Aber im Grunde und Ganzen möchte ich darüber nicht so viele Worte verlieren. Für mich ist dieses Thema erledigt. Die Stasi verhindert jeden Kontakt zu seiner Ex-Frau und verkuppelt sie mit einem linientreuen Mitarbeiter. Für Stasi-Chef Mielke ist der geflohene Fußballer ein Verräter. Lutz Eigendorf, der wollte niemals irgendjemandem irgendetwas Böses. Der wollte einfach nur seinen Sport machen. Und dafür ist er bestraft worden. Das Regime, die Stasi, hatte eigentlich nichts anderes vor, als ihn systematisch zu zerstören, weil er gegangen ist. Nach seiner Sperre darf Eigendorf in Kaiserslautern endlich wieder spielen. Kluger Rückpass auf Eigendorf. Und der erzielt sein erstes Tor in der Bundesliga. Für den ersten FC Kaiserslautern. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 11, Lutz Eigendorf. Eigendorf genießt die Freiheiten beim Klassenfeind und zeigt öffentlich, wie gern er dort lebt. Auch im Westfernsehen. Die Stasi setzt den IM Klaus Schlosser auf Eigendorf an, der sich das Vertrauen des Fußballers erschleichen soll. Eigendorf wird lückenlos überwacht. Stasi-Fotos vom Training, von der neuen Freundin, vom Türschild. Wie sich die Schlinge um ihn zuzieht, bemerkt der DDR-Flüchtling wohl nicht. Er heiratet Freundin Josi und gründet erneut eine Familie. Doch die Karriere gerät ins Stock. Nach einem Streit mit Trainer Feldkamp kommt der Wechsel nach Braunschweig. Dort kommt er verletzungsbedingt nur noch selten zum Einsatz. Er ist in der Welt. Der 5. März 1983, der Tag des verhängnisvollen Unfalls. Kurz vor einer Kurve wird Eigendorf offenbar geblendet. Zwei Tage später stirbt er im Krankenhaus. Eigendorf hat 2,2 Promille im Blut und das, obwohl er Zeugen zufolge kaum etwas getrunken hat. In Stasi-Akten finden sich Anweisungen zum diskreten Einsatz von Flüssigkeiten und chemischen Substanzen bei der sogenannten Bekämpfung des Gegners. In einem der Dokumente tauchen der Name Eigendorf und das Wort Verblitzen auf. Gezieltes Blenden durch starkes Fernlicht. Wurde Lutz Eigendorf ermordet? Vor Gericht gibt der ehemalige IM Klaus Schlosser überraschend zu Protokoll, die Stasi habe ihm den Auftrag erteilt, den Fußballer zu liquidieren. Er aber habe den Auftrag nicht ausgeführt. Es ist sehr schwierig, die Glaubwürdigkeit dieser Aussage einzuschätzen. Und da er ja selber sagt, er hätte den Mordauftrag nicht ausgeführt, also wenn man ihm Glauben schenkt, dann würde sich ja immer noch die Frage stellen, wer hat es getan. Also kurz und gut, es ist wohl so, dass dieser Fall Lutz Eigendorf für immer ein Geheimnis bleiben wird. Fakt ist, Schlosser kassiert ausgerechnet am Todestag von Eigendorf 500 Westmark-Prämie vom Ministerium. Eigendorfs Sohn will endlich Klarheit. Man kriegt einfach gesagt, ja, dein Vater ist tot und du verstehst es halt nicht. Und das war hart. Es ist natürlich unschön und komisch, nicht zu wissen, was mit deinem eigenen Vater passiert ist. Ein ungelöstes Rätsel mit allerdings handfesten Verdachtsmomenten. Lutz Eigendorfs Traum von der Freiheit endet tragisch. Sechs Jahre, bevor die Mauer fällt. Unser nächster Fall handelt vom größten Tabu im deutschen Männerfußball. Ein Sport für echte Kerle. Mit lauter maskulinen Tugenden und maskulinen Verhaltensmustern. Kampf. Männerfreundschaft. Siegertypen. Wenn die elf Freunde und ihr Trainer gewinnen, kann es zwar durchaus rührend zugehen im Stadion, aber natürlich nur Kumpelhafen. Nur Kerle unter Kerlen, versteht sie. Oder? Also wenn man es überspitzt formulieren will, dann hat das was von Gladiatorenkämpfen im alten Rom. Also Mann gegen Mann. Und dann ist da noch ein Ball natürlich. Also da geht es um Kampf, da geht es um Körperlichkeit, um Überlegenheit auch, um Körperliche. Und da hat das Thema Homosexualität erstmal für viele vielleicht überhaupt nichts zu suchen. Das widerspricht diesem körperlichen Geist, dieser Männlichkeit. Kein Bundesligaspieler hat sich jemals als schwul geoutet. Sind etwa alle hetero? Ein Fall ist bekannt geworden. Durch Zufall und lange nach dem Karriereende. 1970 spielt beim Hamburger SV ein Verteidiger mit der Nummer zwei, den sie liebevoll Eisenfuß nennen. Heinz Bonn. Im Verein ahnt niemand, dass er schwul ist. Der Profi ist hochtalentiert, aber von Verletzungspech verfolgt. Nach nur 13 Einsätzen ist die Bundesliga-Karriere beendet. 1991 wird Bonn in seinem Apartment tot aufgefunden. Ein Mord, der sich als Beziehungsdrama entpuppt. Als Täter ermittelt die Polizei einen Strichjungen. Im Hamburger Bahnhofsviertel St. Georg war Heinz Bonds Geheimnis lange Jahre gut aufgehoben. Erst sein Tod outet den Fußballer als schwul. Die Öffentlichkeit nimmt kaum Notiz davon. Anders bei Justin Faschanu. Das Coming-out des englischen Stürmers 1990 ist das bislang einzige im Profifußball. Es löst in den Stadien Häme und Hohengesänge aus. Selbst der eigene Bruder bricht den Kontakt ab. 1998 erhängt sich der einstige Torschütze des Jahres in einer Garage. In Kunst, Mode oder Politik bekennen sich Schwule inzwischen offen zu ihren Partnern. Ist der Fußball einfach nur ein bisschen verklemmt? Dass Politiker schwul, homosexuell sein dürfen und dazu auch stehen können in der Öffentlichkeit, muss man ja ganz ehrlich sein. So lange ist das auch noch nicht der Fall. Doch im Fußball scheint der Weg besonders weit zu sein. Der Trainer Christoph Daum etwa bekennt sich ganz unverblümt zu seiner Intoleranz. Da wird es glaube ich sehr deutlich, wie sehr wir dort aufgefordert sind, gegen jegliche Bestrebung, die in ein gleichgeschlechtlich ausgeprägtes vorzugehen. Der Fußballmanager Rudi Assauer legt Spulenkickern öffentlich nahe, sich einen neuen Job zu suchen. Vorbehalte einer Macho-Welt, die sich durch die Affäre um das Schiedsrichterpärchen Kempta Amerell wohl eher bestätigt sieht. Dieser Fall ist sicherlich sehr schädlich, weil auf einmal natürlich die Frage von Homosexualität im Fußball mit so einem komischen, undurchsichtigen, skandalösen, geraune Durcheinanderunterstellung und so weiter kombiniert ist. Die Schmuddelgeschichte der Unparteiischen bringt auch den DFB in Bedrängnis. Dabei kämpft Präsident Theo Zwanziger schon seit langem gegen die Diskriminierung Homosexueller im Fußball. Jeder, der sich einmal mit dem Lebensabschnitt eines schwulen Menschen befasst hat, der weiß, was er alles durchleiten muss, bis er den Mut hatte, sich zu öffnen. Klare Worte. Aber finden sie auch Gehör in den Stadien? Das ist rührend, wenn Herr Zwanziger sagt, der erste Homosexueller, der sich ordnet, hat mal eine volle Unterstützung. Seine Unterstützung, prima, eine Person. Der läuft in ein Stadion ein, irgendwo vor 80.000 und muss sich von ein paar Assis anhören lassen, schwule Sau. Da kann Herr Zwanziger machen, was er will. Die Frauen sind da nur ein kleines Stückchen weiter. Lesbische Paare sind zwar bekannt, man spricht aber lieber nicht darüber. Für Aufsehen sorgten die Beziehungsprobleme der Nationalspielerinnen Martina Voss und Inka Grings, die zum Rauswurf von Voss aus der Nationalelf beitrugen. Toleranz sieht auch hier anders aus. Unser nächster Fall. Ein vergesslicher Sportverband oder die Verdrängung unbequemer Vergangenheit? Fußball unter dem Hakenkreuz. Auch hier gelten bald das Führerprinzip und die sogenannte Reinerhaltung der Rasse. Freiwillig, nicht verordnet. Dokumentiert im Sportmagazin Kicker. Deutschlands Fußballclubs wollen die, Zitat, Entfernung der Juden. Einer der Betroffenen heißt Julius Hirsch. 1910 spielt er mit dem Karlsruher FV um den Meistertitel. Filmaufnahmen vom Entscheidungsspiel um die Süddeutsche Meisterschaft gegen den Lokalrivalen Phoenix Karlsruhe. Hirsch ist gerade mal 18 und wird erst Süddeutscher und dann Deutscher Meister. Bei Olympia 1912 in Stockholm bestreitet er zwei seiner insgesamt sieben Länderspiele. Julius Hirsch, Spitzname Juller, bei den Fans beliebt, von Trainern gelobt, laufstark, technisch versiert. Ein nationalkonservativer deutscher Jude, der stolz seinen Wehrdienst leistet bei der großherzoglichen badischen Armee. Während seiner einjährigen Grundausbildung darf er weiter im Verein spielen und gewinnt 1912 mit Karlsruhe den Kronprinzenpokal, den Vorläufer des heutigen DFB-Pokals. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, zieht Julius Hirsch, wie so viele begeistert, an die Front. Er überlebt das Massensterben, wird vize Feldwebel und erhält für seine Tapferkeit das eiserne Kreuz. Nach dem Krieg bleibt Hirsch dem Fußball zwar verbunden, aber an seine Glanzzeiten kann er nicht mehr anknüpfen. Er heiratet, wird Vater zweier Kinder und arbeitet in der elterlichen Fabrik für Signalflaggen. Fußball spielt er nur noch nach Feierabend. 1933. Das Familienunternehmen geht pleite. Und in Hitlers neuem Deutschland sind Juden unerwünscht. Julius Hirsch erklärt seinen Austritt aus dem geliebten Karlsruher FV, weil der Verein keine Juden mehr in seinen Reihen haben will. Tief enttäuscht schreibt er den alten Sportkameraden. Nicht unerwähnt möchte ich aber lassen, dass es in dem heute so gehassten Prügelkinder der deutschen Nation auch anständige Menschen und vielleicht noch viel mehr Nationaldenkende und durch das Herzblut vergossene deutsche Juden gibt. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ordnete sich der DFB und der Fußball bereitwillig in die Strukturen des NS-Regimes ein. Der Fußball war sicherlich nicht die Speerspitze der Bewegung. Da gab es andere Sportarten wie die Turner, die traditionell antisemitisch, nationalistisch eingestellt waren, die noch ein bisschen schneller in ihren Aktionen waren. Am 19. April 1933 erklären die obersten Fußballfunktionäre, der Vorstand des DFB hält Angehörige der jüdischen Rasse in führenden Stellungen der Vereine nicht für tragbar. Julius Hirsch emigriert nach Frankreich. Sein Name wird aus den Ehrenlisten des DFB gestrichen. So wie die Namen aller jüdischen Spieler. Hirsch versucht sich als Trainer in Frankreich, doch das Glück scheint ihn auch beruflich verlassen zu haben. Im November 1938, nach dem Brand der Synagogen in Deutschland, versucht Julius Hirsch, sich das Leben zu nehmen. Wieder zurück in Karlsruhe bekommt er ein Angebot, in die neutrale Schweiz zu ziehen. Er lehnt ab. 1943 kommt die amtliche Aufforderung, sich zum Zitat, Arbeitseinsatz im Osten zu melden. Im Jahr zuvor hatte sich Hirsch von seiner nichtjüdischen Frau scheiden lassen. Er will sie und die Kinder vor Schlimmerem bewahren. Tatsächlich ist die Scheidung wohl das Todesurteil für den ehemaligen Nationalspieler. Wäre er verheiratet geblieben, hätte er vermutlich überlebt. Anfang März 1943 verliert sich seine Spur in Auschwitz. Dreimal wird Deutschland Weltmeister werden, ohne dass der DFB die von den Nazis gestrichenen jüdischen Nationalspieler wieder in seine Listen aufnimmt. Die Nost barbecue, die es nur so weit ist. Die Nost